Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Religion schätzen Herrn Iliadis als Gesprächspartner und Künstler. Gerne geht der Mundmaler in Schulen, um den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie es ohne Hände auch geht. Wie man auch als Behinderter erfolgreich sein kann. Schon in der Volksschule und später im Gymnasium nahm er das Schreibwerkzeug in den Mund. Denn seit Geburt kann er Arme und Hände nicht gebrauchen. Der künstlerisch sehr begabte Maler geht mit dem Pinsel sanft und behutsam um. Seine bevorzugten Motive sind Stilleben, Blumen oder Szenen aus dem Alltag. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017